Hallo. Hi. Ich bin Maja. Ich bin Amelie. Und wir sind hier gerade bei einem Workshop, wo wir lernen, wie man einen Trick für macht. Und damit ihr es zu Hause nachmachen könnt, zeigen wir euch jetzt die einzelnen Schritte. Als allererstes braucht man eine Idee für die Häuschgeschichte. Bei zweitens braucht man Residen, zum Beispiel Häuser, die man selbst zu Hause basteln kann. Dann braucht man ein technisches Gerät, mit dem man eine Stop-Motion-App installieren muss. Als nächstes braucht ihr einen Hintergrund mit viel Licht und Geduld, weil ihr mindestens zehn Bilder in einer Sekunde schließen müsst. Dann muss man sich lizenzfreie Musik herunterladen. Und falls jemand sprechen sollte, muss man natürlich auch noch die Stimme aufnehmen. Hoffentlich wird alles gut. Ich weiß noch, wie es angefangen hat. Wir haben auch selber einen Trickfilm gedreht. Ihr könnt auf unserem FRAG-Film-Blog vorbeischauen, dann könnt ihr den Film sehen und im sozialen Netzwerk. Bye. Tschüss. Musik les. DON-